Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum. Keiter, Jörg, Krips und Pankow. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meint ich das einfach, Decker? Der Minister hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen, nie das verrestliche Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Ich setz Feiglinge! Verreiter, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißt des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generare, weil Sie Jahre auf Militärakademie hinzugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer Glambe hält! Jahrelang hat das mir die Firma der Aktion nur verhindert! Es hat mir jeden Tag nur ein Schicksal... Widerstand! Ich habe mich gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle Höreroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus Mr. Stemm, der Welt ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an, bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuerer Verrat gehübt dem deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, gerne! Jetzt beruhig dich doch! Ohne Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deshalb bei denen verlasse, erfen Sie sich, der Volk ist! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Dann sehen Sie, was Sie mal! Vielen Dank.